So, wir waren gerade bei Warner Bros. und der Chris hat sich Batman VR angesehen. Chris, wie fandest du's? Ich fand's super, wirklich. Ich bin eigentlich auch so ein VR-Skeptiker. Ich sag immer, das sind nichts anderes als Mini-Spiele und es sieht nicht besonders toll aus durch die Brillen. Aber erstmal, es sieht klasse aus für ein VR-Spiel und es nutzt diese Immersion sehr clever. Das haben die anderen Arkham Games ja eigentlich schon gut gemacht, dieses Gefühl rüberzubringen, man sei Batman, weil man eben so kämpft wie er und so vorgeht. Und diesmal machen sie es halt wirklich so, man steht am Anfang in der Wayne Manor, dann kommt Alfred und sagt, ja Master Bruce, das wird nach ihnen verlangt und so. Man spielt auf dem Klavier ein paar Töne, auf einmal fährt man runter in die Batcave rein und kann dann diese Rüstung anlegen, sich dann die Maske aufsetzen und vor allem ist dann so ein Spiegelbild und man guckt selbst als Batman da rum und kann so ein bisschen posen und so. Man kriegt Batarangs, die sind Grapplinghook und alles. Und muss man dann noch wirklich so die Bewegung ausführen oder? Ja, ja genau. Man nimmt am Anfang die Gadgets, setzt sie sich an den Gürtel und dann kann man, wenn man sie braucht, dann packt man nach unten, hat ein Batarang und zck. Aber das Zielsystem ist natürlich sehr, sehr automatisch. Also man muss jetzt nicht irgendwie bedacht vorgehen, dass man auch wirklich trifft oder sowas. Das ist relativ easy. Sowieso ist es auch spielerisch recht simpel. Ich durfte dann, nachdem ich mich angezogen hatte, wenn man das so sagen kann, noch so ein kleines Rätsel lösen. Man findet, ich will jetzt nicht zu viel sagen, sonst schreien wieder alle Spoiler, einen alten Bekannten, der mit gebrochenem Genick in einer Gasse liegt. Und da sieht man halt auch, dass sie spielerisch sehr simpel und auch sehr anders vorgehen als die Arkham Games. Denn es geht mehr um dieses Spielen als Detektiv. Was man eben auch aus den alten Spielen kennt, man spult die Zeit zurück, man untersucht die Tatorte, man guckt nach wichtigen Hinweisen und man morpht sich quasi per Knopfdruck auf PS Move, zumindest habe ich es damit gespielt, auf so andere Schauplätze, die in der Nähe sind und kann danach Hinweisen suchen. Alles sehr simpel, aber es war wirklich alles richtig gut inszeniert. Super Musik, es sieht toll aus. Man hat wirklich so das Gefühl, man wäre Batman. Wo du jetzt schon Batman Arkham erwähnt hast, ist es irgendwie storytechnisch damit verwandelt? Also mir wurde gesagt, dass es eine vollkommen neue Story ist. Und sie sagen, natürlich ist es ein VR-Spiel, es wird keine 20 Stunden gehen oder so, aber es soll schon auf jeden Fall eine gute und auch längere Geschichte erzählen. Also ich gehe jetzt einfach mal nach dem typischen PR-Geschwafel und so von, keine Ahnung, 4-5 Stunden aus. Aber wenn sie da die Rätselmechanik gut hinkriegen und auch weiter eben diese Immersion aufrechterhalten, dass man wirklich immer wieder so Momente hat, wo man sich vorkommt wie der Dunkle Ritter, dann glaube ich, wird das ein richtig starkes Ding sogar. Klingt doch wunderbar. Wann kommt es raus? Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Ich weiß es gar nicht, jetzt bin ich gerade überfragt. Ich habe meinen Zettel nicht dabei, wo es draufsteht. Ich meine dieses Jahr noch. Dann begeben wir uns mal in die Bat-Höhle und schauen, wann es rauskommt. Säburu und Schäden Das Jahr noch. Untertitelung des ZDF, 2020